So, die vermutlich letzte Folge für diese Aufnahmesession. Willkommen zurück, liebe Leute. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir spielen jetzt, glaube ich, mal da den guten Medivh. Ich hätte Bock auf Medivh, aber ich glaube, wir können ja auch den guten Mephisto reinpicken. Das wäre auch cool. Oder eine Runde Xul'jin, was, was, ich weiß ja nicht. Ich gucke gerade mal so. Wir können noch mal mehr Runde Mephisto spielen. Ich hätte schon Bock drauf. Mit Mephisto was zu deichseln. Abatur gebannt. Der hat das System noch nicht ganz verstanden. Die Dach ist durch. Warte mal, vielleicht nicht kommen wir den Spiegel, dann hat er recht, aber... Okay, die kann mich relativ schnell weghauen. Hm, was haben wir für Alternativen gegen Lunara? Gegen Lunara könnten wir... Wir könnten eine Runde Nasebo spielen. Was hat er denn davon? Ich hätte schon Bock auf Nasebo, ehrlich gesagt. Das Problem ist, dass Lunara zu schnell ist. Aber wir gucken mal, was sie jetzt picken. Asmodan ist noch drin. Wir können noch Asmodan spielen. Das könnte auch ätzend werden jetzt für mich, weil der Arthas natürlich dann schon... Daraus spekulieren könnte, wo ich dann stehe und den Jade dann schon mal marken kann mit... Ähm, mit dem Root... Mit dem Root... Werter naseben. Werthasen kommt zusammen. Okay, wie wenn du nicht... Dann geht es mich relativ schnell. Wir müssen jetzt nach Hause Exercans. Wir müssen nach Hause nach Hause auf vont und demonstrieren. Wir müssen mit dem neighbors nach Hause auf und mit dem bleiben. Wir müssen nach Hause bei uns, wie vor den Welsch Martins kommen. Wir müssen nach Hause, wo wir nicht noch nicht sehen. Wir müssen nach Hause nach Hause auf. Wir müssen nach Hause gehen. Wir müssen nach Hause gehen. Das war's für heute. Nur der Sieg zählt. Die Macht wird mir gehören. Wir werden ein neues Schicksal geschmieden. So diene ich. Das war's für heute. Wir werden ein neues Schicksal geschmieden. Das war's für heute. Wir werden ein neues Schicksal geschmieden. 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 Nach den ersten zwei Minuten. Das ist nicht so geil. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir werden ein neues Schicksal geschmieden. 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 Nicht porten können oder das Q auch einbommern. Die Q sowieso immer auf CD halten, so gut es ihm geht. Aber wenn ich gesteckt bin, dann wird das echt ein einfaches Spiel für mich. Aber so. Wählt ein Talent. Mal einen langsamen. Ich glaube, dass wir verlieren, der Stukov ist glaube ich tot gewesen, oder? Ich bin ganz sicher. Wir haben überhaupt keinen Damage. Der Fetttest hat begonnen. Greifen Sie den gegnerischen Protektor an und finden sie heraus, wie viel Schaden seine Panzerung einstecken kann. Es war dir bestimmt, mich zu heilen. Okay, ich gehe da jetzt nicht mehr hin. Ich gehe mal back. Das macht meine Pläne zunichte. Sie haben den Protektor an seine Grenzen geführt. Ich muss irgendwie mal Erfahrungspunkte holen. Was ist unser Problem? Diener, 2K, es ist Alice Helden. Helden, wir kriegen keine Kills. Wir machen keinen Damage. Oh Mann ey. Unsere Picks waren überhaupt nicht gut hier. Das war gut. Ich muss jetzt hier mal unten bleiben. Yes? Das war gut. Das war gut. Ich Aim力 healed. Ich glaube, wir müssen hier tatsächlich schauen, dass wir den Root gehen. Eigentlich wäre ich dafür, dass wir den anderen... Na gut, wir können. Das war richtig schlecht. Du hast deine Pflicht getan. Das ist Havoc. Tja. Der Slow bringt mich vor. Ach man, so war das nix. Atanas hat irgendwie nicht mitgemacht, keine Ahnung. Ja, das wird so nix. Die spielen das einfach zu clever runter. Die sind deutlich cleverer als wir. Ah, der Serratur-Pick, wir haben einfach keinen Schaden. Das ist unser Problem. Wir haben kein Defend. Beide kriegen nicht so viel gebacken. Der Stukov ist noch der beste Spieler bei uns. Ich verstehe auch nicht genau, warum er auf Serratur gegangen ist. Total unnötig gewesen. Den Ulti jetzt immer wieder rausbrezeln. Das ist unsere einzige Chance, da jetzt noch irgendwas zu machen, glaube ich. Das war gut. Der Puck damit schon, den ist einfach zu krass. Das ist echt kein gutes Spiel, was ich hier gerade zeige. Ich habe kein E-Ready. Ich drücke die ganze Zeit und da passiert einfach nix. Du hast deine Pflicht getan. Alter, der Slow. Dabei hattet ihr es fast geschafft. Die haben aber zu viele Möglichkeiten, das Spiel zu kontrollieren. Das ist echt ein mega-Fail-Game von uns. Die haben so viel Slow. Der Arthas mit seinem beschissenen... Mit seiner beschissenen Sintragosa. Der kriegt uns hier jedes Mal. Der Slow von Lunara. Ja gut, Lunara und Arthas ist immer eine gute Kombination. Wir müssen echt mal Gas geben. Also wenn wir noch was reißen wollen. Ich habe überhaupt noch nix gestackt hier. Auch wirklich extremst wenig Schaden. Ich muss viel aggressiver spielen, aber ich komme halt nicht in den Genuss, hinten irgendwie reinzukommen. Weil ich auch noch nie Protection habe. Die sind halt nie wirklich da und versuchen irgendwie... ...mich zu retten. Das war noch schlechter als ohnehin schon. Wie lange bist du sie wieder? Hervorragend. Sie können uns nur wenn verlängert. Da... Was sehe ich hier? Ein Held hat den Kampf verlassen. Ich hätte nicht erwartet, dass der Protektor der Art zerlegt wird. Ich hätte nicht erwartet, dass der Protektor der Art zerlegt wird. Ich hätte seinen Ulti gemacht. Das ist halt schon bitter, ey. Ich sterbe einfach zu schnell und zu häufig. Das ist echt ein Failgame von mir, aber sowas von. Ja, also wenn man halt ein cleveres Team im Gegner-Team hat, ne? Also auf ein cleveres Team trifft, was dann halt einfach nur... Das ist überhaupt nicht gut. Boah, jetzt lagts aber richtig hart. Das macht meine Pläne zunichtet. Dann kann ich halt nicht reingehen, weil wenn der Router direkt wiederkommt... Das ist halt vorbei. Der Arthas und der Varian sind einfach zu gut und wir sind zu schlecht. Das ist das Problem, ne? Wenn du mit Mephisto rausgehst und der Shade ist da, dann... Und du bist ein Spieler, der darauf achtet, dann ist Mephisto halt einfach ein richtig schlechter Pick. Deswegen bist du eigentlich immer darauf angewiesen, dass dein Team relativ zügig auch mit Reha drauf geht oder reagiert. Funktioniert hier nicht mehr ansatzweise. Ich habe zwar nicht den Fehler gemacht und dann reingegangen, weil die es einfach zu gut anzizipieren können. Genau, letzter Teamfight. Wenn wir den auch noch verlieren, dann ist es halt vorbei. Noch sind sie nicht Level 20. Wir müssen das Risiko jetzt eingehen. Ganz, ganz schlechtes Spiel. Ah, okay. Die lassen sich da schon vorher abnudeln. Und jetzt, und da kommt halt wieder Syndragosa genau zum richtigen Zeitpunkt. Das ist echt ein Desaster-Game. Die haben uns so krass unter Kontrolle. Also das ist der Wahnsinn. Keine Chance. Richtig schlechtes Game. Aber auch von mir. Ich mache keinen Schaden. Damit muss man halt immer rechnen, wenn man Mephisto spielt. Dass man ein Team hat, das halt wirklich schaut. Wo ist der, der, der Shade? Was können wir da machen? Der Serratus spielt auch unterirdisch. Wir spielen alle unterirdisch. Also wirklich alle. Und ja, ich hätte Mephisto nicht in den Stukov reinpicken dürfen, weil der Stukov einfach kein guter Heiler ist für den Mephisto. Ich brauche halt einfach einen direkten Heiler und keinen so ein... Ich halte mal alle 50, 500 Jahre was. Verdient verloren dieses Game. Verdient verloren. Richtig hart verloren. Die haben sehr gut gespielt, das Gegner-Team. Und wir haben wirklich unglaublich schlecht gespielt. Haben aber auch schlecht gedraftet. Ich hätte hier nicht Mephisto spielen dürfen. Bei einem mit dem Line-Up nicht. Ich muss immer damit rechnen. Gerade gegen den Arthas, glaube ich, ist es ein großer Fehler, Mephisto zu spielen. Weil Arthas mit den Longeroot einfach so krass easy dahin kommen kann. Ähm. Und mich aufs Spiel nehmen kann. 429 ist ein absolutes Desaster. Überhaupt gar kein Damage machen können. Weil sie immer sofort drauf reagiert haben. Immer wenn ich reingegangen bin. Abgesehen davon habe ich auch echt kein gute Lightning Nova gespielt. Ähm. Wenn sie es gesehen haben. Dass ich raus bin. Immer sofort den Root. Und drauf hingelde. Und dann ist es halt vorbei. Also. Merken wir uns. Bis nächstes Mal. Wenn die in Damage-Varioren spielen. Oder wenn Varian und Arthas dabei sind. Sollten wir es auf jeden Fall lassen. Oder auch mal Furion. Schwierig. Gut. Ich verabschiede mich. Sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Danke fürs Einschalten. TschüüüüüüüüüüüüüüüüüüG